Yo Leute, was geht ab? Wir kommen auf unserem neuen Kanal Gläbisch Fishing und ja, wir waren heute am Wasser, haben ein paar Aufnahmen gemacht und ja, wie werdet ihr das sehen, wir haben halt nicht viel dazu gelabert, geredet wie auch immer, auf jeden Fall genieß die Aufnahmen und viel Spaß Ja, das ist der Fische Tagge Ja, wir sind da, ne? Klaue Bars oder Hest? ein kleiner hecht ja ja der erste hecht ist eingestiegen das ist super das ist ein mini hecht das ist doch schön jawohl jawohl petri petri 36 cm hat er lassen wir wieder frei weg ist er der brief Outro Yo Leute, das war's mit dem Video, ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, unter dem wir uns beim nächsten Mal, heute ist uns so ein Hecht von 36 cm reingegangen, auf jeden Fall werden wir auch beim nächsten Videos und in den nächsten Videos, alles mehr dazu sagen, was wir für Kinder benutzen, womit wir anwenden und weiteres, auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal und haut da rein.